Hallo zusammen, ich bin der Dennis von der Disflüsterer und erstmal möchte ich ein ganz großes Dankeschön an BrownieTV aussprechen. Danke, dass ich Teil des Adventskalenders sein darf. Nun zu deiner Frage, welcher mein Lieblingsfilm wäre. Ich habe viele Filme, die ich sehr schätze und liebe. Aber ein Film, den ich super gerne zu Weihnachtszeit gucke, ist Lethal Weapon von Richard Donner aus dem Jahre 1987. Warum habe ich jetzt diesen Film ausgesucht? Nun, hier hat Shane Black das Drehbuch geschrieben. Viele, die seine Filme und seine Werke kennen, wissen, dass ihr einen sehr sarkastischen und schwarzen Humor erwarten könnt. Und so ist auch Lethal Weapon vollgestopft mit coolen Charaktermomenten und lustigen Dialogen und lebt natürlich auch von dem schwarzen Humor dort. Worum geht es überhaupt bei dem Film? Also ganz zum Anfang geht es um einen angeblichen Suizid einer jungen Frau. Doch irgendetwas ist an dem Fall komisch. Und dann wird Roger Murtaugh auf den Fall angesetzt. Und ganz zum Anfang des Films sehen wir dann auch, wie er erstmal in der Familie ist und seinen 50-jährigen Geburtstag feiert. Und auch das Thema Alt oder Alter und Alt werden ist das, was ihn sehr beschäftigt und auch umtreibt. Roger Murtaugh ist auf jeden Fall jemand, der sehr nach Vorschrift arbeitet, die Sicherheit auch genießt. Und dann sehen wir, dass er einen neuen Partner zugeteilt bekommt. Und dieser neue Partner ist Martin Riggs. Und Martin Riggs ist ein sehr spezieller Charakter. Er gilt als durchgeknallter und bunter Vogel bei der Polizei. Er ist auch suizidgefährdet, weil er den Verlust seiner Frau verarbeitet. Genau, und diese beiden Charaktere werden dann auf diesen Fall angesetzt. Wir sehen hier einfach, dass diese zwei Personen irgendwie lernen müssen, ihre Unterschiede zu überwinden und gemeinsam an dem Fall zu arbeiten. Und ich würde auch sagen, das ist das Besondere an Lethal Weapon. Klar, es ist eine Body Cop Story, aber wir sehen einfach, wie toll diese zwei Charaktere zusammenarbeiten oder auch zusammen in diesen Szenen wirken. Und auch die Dialoge sind hier großartig geschrieben. Es kommt mit sehr viel Humor daher. Und ja, ich würde ganz klar sagen, Lethal Weapon lebt von dieser Chemie der beiden Hauptdarsteller. Also nun, warum gucke ich den Film gerne zur Weihnachtszeit? Nun, der Film oder die Geschichte spielt während Weihnachten oder um Weihnachten herum. Und deswegen sehen wir manchmal so ein paar Weihnachtslichter und es gibt auch, ich glaube, Jingle Bells Rock wird am Anfang eingespielt. Und wir bringen einen so ein bisschen in diese Stimmung, aber wir bekommen hier auf jeden Fall einen coolen, lustigen Actionfilm, der zur Weihnachtszeit spielt. Und ich muss ganz klar sagen, er macht immer wieder Spaß und ich kann ihn, ja, es ist einfach so, einfach auch die perfekte Zeit, ihn einmal pro Jahr zu gucken. Weil ich dann, wenn ich über Weihnachten oder Weihnachtsfilme nachdenke, kommt mir einfach auch Lethal Weapon in den Sinn. Und eine Sache, die ich auch nochmal betonen möchte, ich glaube, im Vergleich zu anderen Actionfilmen oder Actionklassikern aus den 80ern und 90ern, ist einfach klar, es gibt die großen Filme wie Terminator oder andere Filme mit Schwarzenegger und Stallone. Aber ich mag einfach diese Verbindung, diese Harmonie mit zwei Charakteren. Ich glaube, das macht das nochmal ein bisschen unterhaltsamer oder einfach auch, ja, irgendwie interessanter für mich. Und deswegen ist Lethal Weapon einfach so ein zeitloser Klassiker. Und ich muss auch sagen, ich verbinde den Film auch immer wieder an gute Zeiten aus meiner Kindheit. Mein Papa hat mir den Film oder die ganze Reihe auch gezeigt. Und das ist auch etwas, ja, wo auf jeden Fall Nostalgie auch eine große Rolle spielt. Ich verbinde das mit schönen Momenten und schönen Gefühlen. Und deswegen ist Lethal Weapon auch ein ganz besonderer Film. Wie manche von euch vielleicht wissen, bewerte ich ja auf meinem Kanal Filme im UHD-Format. Und ich würde mir so gerne Lethal Weapon nochmal in 4K wünschen. Also das wäre ein großer Wunsch von mir zu Weihnachten oder für nächstes Jahr, dass wir den Film nochmal in dem bestmöglichen Format erhalten. Weil das Tolle auch hier ist, der Film wurde auf 35mm Film gedreht. Gerade so alte Streifen, alte Klassiker von damals, so aus den 80ern, 90ern. Wenn man die nochmal schön restauriert und scannt, ich glaube, das würde wunderbar aussehen. Und ja, die Blu-ray ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, deswegen ein neues Remaster. Das wäre grandios. So, das war jetzt mein Lieblingsfilm zur Weihnachtszeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne und besinnliche Weihnachtstage. Macht es gut und bleibt gesund, euer Disflüsterer. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.